So, den Plot Along für den Juli machen wir jetzt mal diesen Monat mit abgedrehtem Video, sonst kommen wir nämlich nicht mehr voran. Wir haben ja nur noch einen Mittwoch und den würde ich gerne für eine in Anführungszeichen normale Sprechstunde verwenden. Ich habe mir den Juli hier aufgemacht aus der Datei von der Steffi von Tante Plotter. Ich mache mir wieder mein Format. Ich habe ja 14 auf 14, glaube ich zumindest. Ich messe mir das Ganze jetzt nochmal nach. Wenn ich Schildi finde, finde ich nicht. Also doch diese 14 mal 14 passt genau. So, jetzt habe ich mir überlegt, diesen Monat mache ich ein Foto rein, mal was ganz schnelles. Juli ist ja mein Geburtstagmonat. Ich messe gerade mal das Foto aus. Das hat 9 cm auf, es hat sogar ein bisschen mehr, es hat 10 cm mal 7,5 cm. Dann mache ich mir da nämlich auch ein schönes Rähmchen drum. Wir haben hier 10 cm mal 9,5 habe ich gesagt. Ich bin schmerzt gerade nicht mehr so sicher. 5,9 cm, 10,5 cm. Nochmal nachmessen. 7,5 cm, 70,5 cm hier oben. So groß ist das Foto, das ich einkleben möchte. So, das wird das Foto sein. Dann kann ich mir nämlich überlegen, ob ich mir noch einen Rahmen ziehen möchte. Hier sind ja beispielsweise Rahmen und es gibt ja auch ganz, ganz, ganz viele tolle Rahmen irgendwo zum Drucken und zum Einsetzen. Aber das könnt ihr euch überlegen, wie ihr das wollt. Ihr könnt ja sogar sagen, ihr nehmt diesen hier und macht ein Offset außenrum. Auch das geht. Wichtig ist, dass ihr daran denkt, dass ihr hier Ecke einstellt. Wenn es rund ist, seht ihr, wäre es ein rundes, eine runde Möglichkeit oder ihr könnt es eckig einstellen. Dann könnt ihr noch sagen, okay, Entschuldigung, wir nehmen die beiden und machen einen verknüpften Pfad. Und sagen, wir möchten uns das einfärben in schwarz oder in irgendwas Buntem. Da könnt ihr euch total austoben, wenn ihr wollt, wenn ihr Lust habt. Ich will gerade mal gucken, aber ich glaube, ich würde einen schwarzen Rahmen nehmen. Einfach erst mal, um es auszuprobieren. Wichtig guckt, dass auch die Linie dann vielleicht schwarz ist. Dann könnt ihr es gleich beim Anschauen. Na, habt ihr es besser. Also hier kommt mein Bild rein. Das Ganze kennt ihr ja schon. Das sind die Monatstage. Und ich setze mir hier jetzt ein. Im Juli 2020 ist. Zurück suchen wir uns eine schöne Schrift. Mit Schriften spielen, das machen wir ja gerne. Ich will jetzt gerade mal gucken, da gab es doch eine Schrift, die einfach heißt. Ich bin da jetzt sehr egoistisch, weil ich habe ja im Juli auch Geburtstag. Und dieser wäre auch schön. Die ist aber auch schön, muss ich sagen. Ich glaube, ich nehme die. Aber ich gehe jetzt mal, nehme mal die Gruppierung raus. Und wird mir das Ganze ein bisschen anders. Genau. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Schriftart zeige ich euch gleich. Ich färbe es mir jetzt erst mal ein. Auch die Linie färbe ich mir in schwarz ein. Und mache sie vielleicht einen Ticken dicker. Genau. Dass man auch wirklich was von dem Liniendruck sieht. Jetzt gehen wir nochmal in die Schriftart, dass ihr seht, wie die heißt. Everything Calligraphy. So. Calligraphy, wie auch immer ihr das anrollt. So, schau dir mal. Und schon ist neun Monat fertig. Ich habe mir einen schönen Rahmen gesetzt, habe mir ein Bild gemacht. Was ich für ein Bild gemacht habe, zeige ich euch dann auch noch. So. Wenn ihr sagt, oh, es ist nicht in der Mitte. Gruppieren wir das Ganze hier mal. Und setzen diesen Rahmen außenrum. Und dann könnt ihr nämlich hier oben schön die Mitte einsetzen. Das ist dieses Pfeilchen hier oben. Und dann ist es auch wirklich in der Mitte. Dann könnt ihr aber immer noch sagen, okay, gut, ich möchte es vielleicht doch lieber ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Das ist euch total überlassen, wie ihr das machen wollt. Ihr könnt dann noch mehrere Sachen. Ihr könnt sagen, okay, ich will es höher. Ich will hier oben noch ein Sticker. Ihr auch immer. Hier geht es jetzt erst mal darum, dass wir unseren Monat bekommen. Diesen Monat mit einem Bild. Ich zumindest möchte diesen Monat ein schönes Bildchen. So. Ich mache mir das Graue jetzt ein bisschen dicker, dass ich gleich beim Drucken weiß, wo ich schneiden muss. Ihr könnt mit Printen, Card, ihr könnt lochen. Was auch immer ihr machen möchtet. Ich gehe auf Datei Drucken. Und dann hole ich euch, passt gut drauf, sehr schön. Dann hole ich euch gleich auf meinen Bildschirm und zeige euch, was ich gedruckt habe. So, während der Drucker gerade druckt, mache ich mir meine Bilder fertig. Ich habe hier jetzt einfach mal Bilder gemacht. Wie ich sie gemacht habe, zeige ich euch eben auch noch ganz kurz im Anschluss. Ich habe mir schon von hinten so dreidimensionale Klebepatches dran gemacht, dass es auch wirklich gut hält. Da habe ich schon jetzt dieses Foto ausgesucht. Da könnt ihr natürlich auch draufdrucken auf das Ganze. Aber ich finde es so ein bisschen dreidimensional. Das ist eigentlich ganz cool. Sieht eigentlich ganz schön aus. So, der Druck ist gleich fertig. Dann können wir nämlich schon mal den Juli rausnehmen. Also, wir haben ja noch ein paar Tage. Wir sind ja jetzt heute beim 23. Nur, wir haben nur noch einen Mittwoch und den anderen Mittwoch. Machen wir einfach mal so ein bisschen normale Sprechstunde. Das habe ich mit einem Selfiedrucker ausgedruckt, dass der auch mal wieder genutzt wird. Wir wollen ja alles immer mal nutzen in unserem Bastelzimmer, was wir so haben. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch ganz normal einfach auf Fotopapier ausdrucken oder in der Drogerie ausdrucken gehen. So, ich schneide mir das aus, weil ich zu faul bin, mir wegen einem Quadrat das Print and Cut anzuschmeißen. So. So, dann nehme ich mir hier mein Foto. Ja, passt genau drauf. Und schon habe ich mir ein Monatsblatt gestaltet mit einem Lieblingsbild. So könnt ihr zum Beispiel auch für eure Familie nächstes Jahr einen ganzen Jahreskalender machen mit Lieblingsbildern von euch und eurer Familie. Und lasst euch da bitte nie reinreden. Kann man jetzt hier auch mal mit einem Stift markieren, was ihr für Lieblingstage noch habt in dem Monat. Wenn ihr es vergessen habt, muss man ja nicht immer alles. Ein Uhu. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ich zeige euch jetzt gleich im Anschluss noch ein paar Bilder, wie ich dieses Bild aufgenommen habe. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und wir sehen uns zum nächsten Plot-Along für den August. Tschüss. Tschüss. Tschüss.